so und damit der spannungsbogen nicht abreißt geht es gleich weiter ja level 20 der tower und mit der tower ist nicht der tower von die hölle gemeint oder so sondern die tower von der nervenbündel so lorde game und dann geht frisch an die werk musste karten mikrofon und kontrollieren weil das jetzt so klein ist vielleicht noch was ist denn das jetzt hier für ach so dachte kann diese blauen dinge hier wird lederstrahlen aber ist einfach nur blau angeleuchtet so der gegner ich will mal ganz kurz zeigen warum er jetzt ist hallo hat ja faktische damal also kennen wir ja schon wir haben ja schon von dem duden vor dem display und den darf jetzt ficken die frage ist nur welche waffe passt in seinen anus haben wir die schon wir haben schon ich weiß doch gar nicht was gegen die gewähle was gegen ihn effektiv war so wir haben plasma wir haben scharfschutz also gewehr raketen und schrotflinte denn schrotflinte war glaube ich sehr fiktiv gegen ihn dann probieren wir als allererstes mal das hier und ja ich werde bei der map sehr häufig speichern gewöhnt euch dran ob es euch passt oder nicht was habe ich aufgenommen ich bin ja relativ sowieso schon autofahrer erstmal sowieso waffencheck machen hier von rockets habe ich auch sehr wenig die wird also auch eher nicht benutzen von denen haben wir sehr viel und von die schrot haben wir sehr viel aber wir hatten wir sowieso erstmal schrot probieren und die war gar nicht aufgeladen interessant zum glück mache ich aus reflex immer mal nach lade laden das habe ich mir alles vorgestellt leute das geht so nicht oh da habe ich eine blaue rüstung die wollte ich noch gar nicht opfern egal wir werden sowieso gleich wieder sterben so wie ich mich kenne was die schnell rennt der der schneller als ich im rennmodus ist ein rennpferd oder was nur alter nein 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 noch gott ich mag das jetzt schon wo das wird ein spaß wir haben hier gerade mal 500 abgezogen nee das passt nicht alter war eine dumme idee wollte mich vor dem feuer schützen aber eben der kann ja auch mit raketen schießen was hat der tomo drin oder was der fetter mit nitro kann ich vergessen so wie wir euch in denen vor allem ich kann nicht mal vor ihm wegrennen ist einfach zu schnell der bastard also ich habe das gespräch nachdem ich ihnen schaden zugefügt hatte bevor ich ihn arschloch wollte ich nicht ja was ich muss gucken was gegen ihn am effektivsten ist also schroß flinz ist scheinbar doch nicht so effektiv wie ich dachte vor allem ist er unglaublich schnell warte der ist unglaublich schnell wenn ich gerade mal alle paar sekunden stehen bleibt krieg ich ihn gar nicht getroffen ich komme ich komme wo alter wo war ach das was effektiv war diese doppelt rote kacke ich habe nicht gespeichert gut nächster versuch wo ist er jetzt also ganz kurz gucken ob mein kopfhörer richtig rum drauf sind links ist links rechts ist rechts ich hoffe das ist so richtig da ist er ich muss ich muss ihn irgendwie da der ist sowas von fucking fucky fuck das wird nichts kann ich vergessen ich muss nur gucken ob ich den außen ring kann und ihn so besser kontrollieren kann wenn ich hier außen rum stehe aber so könnte so trotzdem habe ich ihn da kommen noch ich habe ihn 80 schaden gemacht ich habe ihn 80 schaden gemacht wo es bones entfernt ist fuck wir haben ihn grad bei 1000 schaden gemacht es ist ja ab fuck ist das ja Wieso bist du nicht nachgeladen? Doch, bist du. Ah, geht so. Aber. Ich verbrauche halt auch extrem viel Munition bei der. Digga. Wo ist denn der jetzt? Da hinten. Was macht der denn da hinten? Komm doch mal her, Junge. Hier, ich spiele die Musik. Ich lausche meinen Dubstep. Wow. Fuck. Was? Digga. Tritt ja immer auf mich drauf. Dann müsste er unglaublich schnell sein. Das macht so was von überhaupt keinen Sinn. Wow. Spice an. wie der klingt alter ich gehe mal lieber in die andere richtung ich will nämlich immer von der d haben mit allem anderen mit mit allem anderen kommen wenn die psyche nicht klar muss er jetzt ja noch nicht weg junge das war schlecht aber ich habe ein gesamtes magazin gebraucht um ihnen keinen schaden zu zu fügen das war schlecht das geht einfach alles nicht ganz auf mein gott weiter gut vielleicht versuchen einzuheizen nein alter hat ich gerade ein glück gehabt hat schon der tritt wieder auf mich drauf das war schlecht ja wir haben irgendwo so diese so eine blaue perle aufgesammelt aus versehen das natürlich scheiße ich dachte hier drin wäre ich sicher also hier drin hat mich zumindest noch nie getroffen da muss das schimmer gerade sehr günstig gestanden haben so wir haben ganz schön viele raketen wir haben auch ein bisschen plasmunition habe ich gesehen dann werden wir uns mal ein paar alternativen offen halten und wenn jetzt zum beispiel mal mit der plasma probieren oder falsche seite aber doch das geht eigentlich stärker als ich dachte die plasma waffe nein die von der andere Seite kommen ich mag diese andere Seite nicht du kommst jetzt mal hier das geht dafür gar nicht so schlecht so jetzt werde ich noch ein bisschen mit dem raketen einheizen wo ist denn jetzt ich habe noch 40 freie munition bei der hier das wird doch was jetzt nicht nachlassen das war dumm ich weiß das war dumm ich weiß gut so natürlich nicht das wird nichts mehr leute das brauchen wir plasmaufnahme das will ich nicht wenn es uns und werden es uns selber kühlt da kann ich gar nicht nacken dran stehen so müssen wir gucken wo ist das tor so wir haben jetzt aber kaum noch waffen hier oder wir haben ein bisschen plasma noch wir haben noch schrot und das war es heißt also munitionstechnisch bin ich jetzt auf mich alleine gestellt das ist schon mal nicht so schön gut ich versuche die erstmal im kreis drin zu lassen hat nämlich den vorteil dass sie sich um mein Gesicht gegenseitig fertig machen wow also natürlich ist es bei mir woher okay so 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 na so und jetzt müssen sich alle gegenseitig fertig machen das geht irgendwie gerade nicht so ganz auf da die kommt es wird nichts für das mal geklappt wie geht das jetzt nicht mehr die versuche es mal einen sauberen kreis zu bilden der holz nun wieder ab wo war das gerade dann kommen die ganzen imps ich kann schon nicht mal den namen richtig aussprechen das wird nichts wieso wenn die alle da hinten steht oh das war dumm Park. Wie die mir alle folgen. Ich glaube, ich bin berühmt. Wow. Digga, wie kann mir ein Imp bitte hundert Punkt abziehen? Egal, noch eine Runde und dann können wir direkt ein Ziel rennen. Wobei die sich schon wieder so hässlich aufspalten. Meine Plan ist geglückter. Neer Support. Ich hoffe, es ist jetzt nicht die Web, von der ich denke, das hieß es. Quick Save. Ja. Ach nee, ist doch noch. Ach klar, schon der Herzen City. Wir fangen ja schon alle durch. Ich dachte gerade, jetzt ist das mit dem komischen, helllichen Endgegner da. Mit dem ersten richtigen Endgegner. Da bei dem Portal, mit dem wir in die Hölle gekommen sind. Aber eben, das war ja Level 18. Genau. Und das sind wir ja schon im Höllen-Segment. Ja. Habe ich gerade gespeichert? Ja, habe ich. Gut. Dann würde ich mal sagen, Schaum mit V. Ja, jetzt schaum mit V. Ciao.